Herzlich Willkommen zu einer neuen Verkostungssession hier bei den Tee Addicts. Mein Name ist Jürgen und unsere Mission und meine Mission heute ist es, euch für richtig guten Tee zu begeistern. Und ich freue mich sehr, dass ich hier was brandnews habe und zwar ein Grüntee aus Georgien. Und das ist wirklich ein Highlight für mich. Ich freue mich sehr darüber. Wir haben ja schon seit ein paar Jahren diesen Artisan Georgia, einen Schwarztee aus Georgien, der sehr gut ankommt, der mir persönlich auch sehr gut gefällt. Und David und Gabriel, die machen nicht nur Schwarztee, sondern die machen auch Grüntee. Und das ist der hier. Den hatten wir vor einem Jahr, zwei Jahren schon mal zum probieren hier. Ich glaube es ist jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her. Und haben dann gesagt, den wollen wir auf jeden Fall auch mal hier haben. Genau. Und jetzt hat das geklappt. Ich habe im Frühjahr, im Sommer mit Gabriel telefoniert, bzw. wir haben geschrieben und er hat gesagt, ja ein bisschen was ist da, ein bisschen was ist verfügbar. Und das habe ich dann einfach alles gegrabt und gesagt, möchten wir haben. Und jetzt ist es hier und ich freue mich sehr. Dieser Tee sieht tatsächlich auch sehr, sehr dem Artisan Georgia ähnlich. Also es ist auch dieses Gerollte, dieses Curly Leaf, also so ein bisschen grauses Blatt. Und ja, man sieht schon, das ist auf jeden Fall ein Whole Leaf, ein ganzes Blatt. und sehr gleichmäßig würde ich sagen. Also das ist jetzt kein 100% perfekt sortierter Tee. Aber ich habe ihn natürlich schon mal so ein bisschen verkostet. Ich muss ja sozusagen beim Wareneingang überprüfen, ob der Tee auch in Ordnung ist. Und freue mich jetzt auf jeden Fall, den jetzt hier nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, jedenfalls so der erste, die erste in Augenscheinnahme sagt mir zu diesem Tee, okay, das ist das, was wir hier schon mal als Sample hatten, was wir hier verkostet haben. Das sieht super aus, das passt auch zu dem Artisan Georgia zum Black, also zum Schwarztee. Und ja, die kommen auch aus dem gleichen Haus, von der gleichen Plantage oder ja, Plantage-Struktur, muss man auch dazu sagen, in Georgien. Gabriel hat mir vorhin nochmal geschrieben, also die Pflanzen sind so seit 100 bis 200 Jahren in Georgien oder vor 100 bis 200 Jahren dorthin geschmuggelt worden, aus China raus, beziehungsweise die Samen und dann aus den Samen die Pflanzen gezogen. Und ja, also in einer gewissen Art und Weise auch so eine Form von altes Gewächs oder zumindest so eine alte Pflanzengattung. Sie nennen es dort Thea sinensis. Und ja, also das waren viele verschiedene Samen von verschiedenen Teesorten und dadurch ist dort so ein natürlicher Blend entstanden. Und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs lag da viel Brach, da ist viel überwuchert worden, da sind viele andere Pflanzen zwischen den Teepflanzen gewachsen und jetzt ist das so eine, ja, also es ist keine Plantage, aber es ist auch nicht wild. So kann man es vielleicht sagen. Und ja, durch diese langjährige Vernachlässigung dieser Pflanzen hat sich da einfach nochmal so eine ganz spezielle, besondere, weiche Note herauskristallisiert. Und bevor ich jetzt hier ewig erzähle, gieße den Tier einfach mal auf, weil dann habe ich nämlich auch was Leckeres zu trinken in der Tasse. Ich hatte vorhin mal so grob abgemessen und sagt so, ja, fünf Gramm, drei bis fünf Gramm für so ein Kännchen, je nachdem wie stark man es haben will, je nachdem wie lang man es ziehen lassen will. Ich mache jetzt hier mal so eine halbe Kanne. Man kann den auch recht hoch dosieren und dann mit ganz kurzen Ziehzeiten wirklich viele Aufgüsse machen. Das gibt da auf jeden Fall her. Ansonsten so, wie gesagt, drei bis fünf Gramm auf so 200 Milliliter und ca. 80 Grad Wassertemperatur. Kann auch ein bisschen mehr sein. Kann auch mal Richtung 90 gehen. Und so ein bis zwei Minuten Ziehzeit. Das wäre so die grobe Empfehlung. Ja, genau. Man sieht diese Verwandtschaft auch. Also kommen hier in den gleichen Gebinden, die Kiste mit dem Tee. Das sieht auch gleich aus. Also man erkennt schon, das kommt alles aus dem gleichen Haus und ja, ist auf jeden Fall alles stimmig. Und Gabriel hat eben auch schon gefragt, so wie es läuft und ob der Tee gut ankommt. Und dann habe ich gesagt, ja, ist schon ein paar Tage hier, aber noch nicht im Shop. Deswegen kann ich dazu noch gar nichts sagen. Aber so wie ich ihn hier erlebe und auch wenn ich jetzt die Tassenfarbe schon wieder sehe, so dann denke ich mir so, wow. Ich habe ihn vorhin schon mal aufgegossen. Da hat er ein bisschen kürzer gezogen. Da hat er eher so eine leichte hellgrüne Farbe hier. Das geht jetzt schon fast ins Gelbe. Aber 1A Farbe, kaum Schwebstoffe drin, sieht echt super aus. Und wenn man hier so reinschaut, dann sieht man auch relativ schnell, okay, der ist jetzt noch nicht ganz aufgegangen. Das wird noch einen zweiten und dritten Aufguss brauchen, aber auf jeden Fall ein ganzes Blatt. Da ist auch ein gewisser Knospenanteil mit drin, aber der ist eher reduziert. Also ich würde jetzt hier von einem Whole Leaf ganz Blatt Tee sprechen. Schöne, nussige Noten. Ja, glaubt man gar nicht, aber doch, geiler Tee. Ich freue mich, ich freue mich total, dass das geklappt hat dieses Jahr. Ja, und auch im Geschmack, also das ist auf jeden Fall stimmig, der Geruch, der Geschmack, die Farbe. Mich erinnert das ein bisschen an so einen chinesischen Grüntee, den ich mal vor einigen Jahren getrunken hatte aus Sichuan. Das geht ein bisschen in diese Richtung, so auch mit diesem krausen, mit dieser lockigen Machart, sag ich mal. Und ja, so geschmacklich ist schon, also ich finde, da ist so eine, wie sag ich mal, so ein Zitat von einem Long Jing. Also so diese nussigen Noten, es ist ein Umami drin, also alles das, was irgendwie auch zu einem Grüntee dazugehört. Und eine gewisse, ja, so eine fruchtige, zitronige Spritzigkeit ist da auch. Also, sicherlich auch abhängig davon, wie man ihn aufgießt. Der kann auch leichte Bitternoten mit reinbringen, aber so wie ich ihn jetzt aufgegossen habe, mit so einer circa einer Minute Ziehzeit, hat man da eigentlich überhaupt gar keine Bitternis. Einen zweiten Aufguss dann vielleicht ein bisschen kürzer ziehen lassen. Kann ich ja gleich nochmal einen Test machen, was der zweite Aufguss so hergibt. Ich gieße das mal hier ab. Und machen wir noch einen ganz kurzen zweiten Aufguss. Ja, und es ist auch schön, wenn das Teeblatt nicht gleich nach dem ersten Aufguss komplett aufgegangen ist. Das zeigt auf jeden Fall auch schon an, dass der Tee für mehrere Aufgüsse, ich würde sagen mindestens drei, je nach Dosierung, mit einer Tendenz von auch fünf und mehr, durchaus eine Kapazität hat, über mehrere Aufgüsse Freude zu machen. Also jetzt entfaltet sich das Blatt langsam im zweiten Aufguss. Kann man dann auch im dritten dann das Blatt nochmal ein bisschen genauer in Augenschein nehmen. So, erster Aufguss nochmal, direkter Vergleich. Ja, also diese nussigen Noten und auch so ein ganz leichter... Also dieser Tee wurde in der Pfannenröstung erhitzt und das schlägt sich immer im Geschmack auch nieder. Also da muss man halt sagen, okay, das ist ein deutlicher Unterschied zu dieser japanischen Variante, wo die Tees eben in einem Dämpfverfahren erhitzt werden. Und das merkt man immer sofort, diesen geschmacklichen Unterschied. Wie wurde der Tee erhitzt? Und hier ist so eine Pfannenröstung und diese leichte Röstnote, die hat man immer mit drin. Ist aber total dezent. Ich würde sagen, hier vornehmlich eben dieses Nussige und so eine Zitrus-Spritzigkeit. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und ich habe jetzt auch schon herausgefunden, man kann diesen Tee halt auch wirklich sehr unterschiedlich aufgießen und er funktioniert. Man kann den auch Grandpa-Style, also einfach ein paar Teeblätter in eine große Tasse oder ein Glas, Heißwasser draufziehen lassen und dann so peu à peu abtrinken und wieder heißes Wasser nachgießen. Oder eben so, Gong-Fu-Style, mit dem Gaiwan wird das sicherlich auch funktionieren. Man kann den ganz kurz ziehen lassen, dann ist er schön leicht, aber hat trotzdem auch so eine leicht grasig-grüne Aromatik. Oder man macht ihn eben ein bisschen strenger, ein bisschen intensiver, dann kann da auch mal eine angenehme Bitternote mit reinkommen. Hier ist auf jeden Fall viel Spielraum für Experimente. Zweiter Aufguss voll da. Ja, da kann ich mich den ganzen Tag dran festhalten, auf jeden Fall. Da lacht mein Herz, weil mit dem Grüntee war es zuletzt auch ein bisschen schwierig. Aufgrund verschiedener Entwicklungen, sei das jetzt irgendwie auch noch so Pandemie- und postpandemische Zustände, oder dass wir intern eben ein bisschen umstrukturiert haben und da waren zuletzt jetzt leider nicht so die Grüntees, verfügbar, wie ich es gerne gehabt hätte. Und hier mit dem bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy, weil das stand schon lange auf der Liste, dass wir den endlich ranbekommen. Jetzt ist er da und ich würde sagen, come and get some. Ja, nice, Grüntee aus Georgien, an der Grenze von Europa zu Asien, wenn man so will. Und ja, Osogeti, Guria, in der Nähe des Schwarzmeers, auf jeden Fall eine schöne Gegend und die können Grüntee. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann zum Abschluss, ist, dass der Tee eine relativ dunkle Farbe hat auch. Also das sieht schon sehr, sehr dunkelgrün aus. Man hat so ein paar hellere Blätter mit dazwischen. Manches mutet ein bisschen gelblich-bräunlich an, aber grundsätzlich ist er recht dunkel, also echt so ein sehr, sehr dunkles Grün. Und wenn er dann in der Kanne aufgegossen ist, dann erkennt man aber durchaus sofort, wovon wir sprechen, von einem wirklich schönen Grüntee, da kommt die grüne Farbe dann auch deutlich raus. Also nicht irritieren lassen von dem dunklen Blatt im trockenen Zustand. Und am Ende ist wichtig, was in der Tasse ist und wie es schmeckt. Und da haben wir einen 1a Grün-Tee. Und mit diesen Worten sage ich Tschüss und genießt euren Tee bis die Tage.